Hallo liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Unity und ich habe mir mal einen besonderen Platz ausgesucht, um dieses Video zu starten. Ja, wir reiten jetzt davon. In der Zwischenzeit habe ich mal wieder ein bisschen was gemacht, damit wir weiterkommen im Level. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo uns die Reise hinführen wird. Wo sind wir denn? Wir sind da oben. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn unser nächstes Level? Da, hier. Da ist die Hauptkampagne, die wir natürlich weiterhin spielen werden. Alles andere machen wir nur so nebenbei. Ja, wir sind da oben. Jetzt könnten wir ja Stück für Stück darüber gehen, würde ich sagen. Ja, das machen wir auch, glaube ich. Hopp, Entschuldigung! Hier ist was los. Junge, 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 Junge. Was passiert? Was passiert? Ah ja, da ist eine Mission, die könnten wir noch mitnehmen gleich. Was sind das für Lügen? Wer schreibt diesen Dreck? Ähm... Schön, in diesen schweren Zeiten einen Freund Mirabeaus zu sehen. Und jetzt? Wer gibt diese Propaganda heraus? Weiß nicht. Würde denen aber gern an die Gurgel gehen. Vielleicht findet ihr sie. Mal sehen, was ich tun kann. Ah ja, Plakate in Ferien, das ist eine gute Sache, die kann ich. Äh... Ich hab ja Bock momentan. Oh, bleib stehen! Komm her, ich schneide dich auf. Ich geh jetzt mal oben rüber. So, wo bist du denn hier? Soll ich ja Plakate entfernen? Oh, und nebenbei Schatztun klauen, das wäre natürlich auch eine Sache. Ähm... So... So... Ba 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 ba... Mist! Wo ist der hin? Ich bin genau hier, Sonnenschein! Mich wirst du nicht los! Was? ich will dich ja nicht loswerden. komm dich um dich zu holen. komm jetzt her. stirb wie ein mann! ja, tu ich gleich. Junge, Junge. immer dieser Stress. so, jetzt muss ich mal hier knacken. ah, das können wir noch nicht. leider. so, jetzt muss ich hier irgendwo Plakate entfernen, mein lieber. wir sind die Fahrendpatreon! hier seid ihr an der Dosen! ach da, jetzt wird es angezeigt. wo sind die Plakate? was unterirdisch? hä? Moment mal. ah, stimmt doch was nicht. Moment mal. irgendwo ist hier... der Wundern. hier wird schon wieder geschossen. naja, schieß nur. expedition. he is yernd. sollte es diealaushil FREELS bekommen. Entsache ich nicht rumsch薄 jetzt glaub ich das besser wäre hi imf Sub-Fix! da ist die neue Brennblesse. hoie sin. aufgrund Abblatcher. Da ist die neue Programme, Nimm das! Und das! Oh ja! Und du nimmst das! Meine Ruhe! So, jetzt ist das Plakat entfernt. Hier, irgendwo muss ich noch weitere. Die Frage ist jetzt nur wo. Ich muss irgendwo in die Treppe runter. Ist da eine Treppe oder was? Ach, das habe ich noch nicht gekundet hier, das Gebiet. Oh je, oh je, oh je. Ähm, ja. Irgendwo ist da eine Treppe. Da ist das nächste Plakat sehe ich hier gerade. Ich glaube, du bist ein Verräter! Es gibt keinen Platz für Leute wie dich in der Re... Das geht nicht. Das ist schlecht. Warte mal. Warte mal zurück nochmal. Dener können wir erwischen, oder? Der geht. Der geht nicht. Ja auch. Hallo? Das langweilt mich. Du hast eine ruhige Hand! Erlädige ihn! Nein, das ist doch nicht mehr, mein Freund. Der geht nicht. So. Komm her! Unglaublich! Eine Schande! So. Nächster. Noch eine erwischen. Wo ist da? Das nächste Plakat. Hm. Das muss doch irgendwo hier sein. Aber vielleicht verliegt doch. Oh. Oh. Das ist ja wirklich. Da ist mir das Plakat. Es ist ja auch ein Blakat. Ich bin da. Oh. 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 Geistes Packard, da ist es! So! Was tut besser für ihn? Gibt es auch noch? Ja, okay. Nehmen wir jetzt sowas hier bitte? Das geht so nicht. Kommt! Lest was Versailles für euch verheimlichen will! Mirabeau und Maria Antoinette wurden im königlichen Schlafgemach erwischt! Hallo! Mirabeau verrät die Revolution! Was ist die nächste Schlagzeile? Seine Verbündeten sind schockiert! Mirabeaus Kind mit der Königin! Ha! Perfekt! Druck das! Wie viele Exemplare hättet ihr gern? Ich will ganz Paris damit zu pflastern! Ha! Dann brauchen wir eine größere Maschine! Wann ist die nächste Lieferung fertig? Ich arbeite so schnell ich kann... Ja! Seit wann ist es so? Was ist denn los mit euch? Wo seid ihr krank? Wir müssen uns beschäftigen hier die Leute! Mal ein bisschen beschäftigen hier die Leute! Das sind mal ein bisschen beschäftigen hier die Leute! Das dauert mir zu lange. Lass irgendwie ein Gebiet fliehen. Ja, das kann ich machen. So, nicht auf die Seite, sondern auf die andere, bitte. Oh, da brennt was. Entschuldigung. Hopp, hoch. Und darüber. Und hoch. So, da sind wir. So, das war jetzt aber ein großer Akt. Jetzt gehen wir mal da hin, nehmen wir mal kurz unsere Waffen hier mal ein bisschen auf. Ja, aufstoppen hier. Wir sind schon kurz vom Ende. Ja, auf hier. Sehr gut. Da müssen wir hin, genau. Da müssen wir hin, genau. Jetzt geht's weiter hier. So. Gut. Also, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang. Das geht. Das ist ja irgendwo so eine komische Sache hier zum Sammeln. Wo bist du denn? So. Ach, da habe ich schon. Oh. 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 Ja, ja. Keine Panik. Was haben wir noch? Ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Wer ist das? Ich kann doch nicht ganz viel halten. Könnt ihr den Augen aufstechen? Soll ich das jetzt was tun? Soll ich? Es geht nicht so. Warum nicht? Warum besorgt er sich nicht einfach ne Hure wie wir alle? So. Oh, wie viel Spaß? Was ist das? So, dann sind wir kurz vor der nächsten Mission. Entschuldigung. Und zwar... Sequenz 9, Erinnerung 3. Na dann, los geht's. Mal schauen, was uns diesmal gezeigt wird. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung! Brenn! Ach, nö. Nicht schon wieder. Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können. Fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Kommt auf die Seite! Ich danke dich! Oh je! Verflucht das auf! Neppin! Hallo! So, Augeleine! Gut! Also da ist aber wir! Seid bereit! Entschuldigt mich, Tortill! Ja! Ich bin schon! Vorsicht! Arno! Ich komm zu dir! Warte da! Was? Ich gehe sicher nicht weg! Nein, kein Mannig! Oh, halt hin! Es ist wirklich schön hier oben! Das solltest du sehen! Ja! Was du nicht sagst! Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ja, komme! Ja! Danke! Hast du dir schon überlegt, wie du wieder runter kommst? Ach! Nach unten geht es meist von allein! Dir werden bald die Dächer ausgehen! Ich hoffe, du hast einen Plan! Zähl zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt auch! Wo sind sie? Was ist das für ein Toll? Wo ist das? Da ist es! Was ist das für ein Toll? Über den Dächern! Ein schlechter Tag, um den Schränken aufzuhören! Schneller! Wir verlieren sie! Schränkt euch mal an! Bleidet ihnen den Weg ab! Alter! Gehen wir hin? Stopp sie! Halt dieses Ding auf! Ja, ich weiß, ich muss erst mal hier... Was ist das für ein Patron? Du bist ein Patron! Du bist ein Patron! Danke! Lass sie! Oh je, ich habe keinen Plan mehr, wie das gegangen ist jetzt mal! Dann durchspielen! Lass sie mit Strang! Oh! 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 Ich freue mich schon! Oh! 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 Was ist passiert? Das Arme hat sich verstanden! Ich verledige den Rest! Du da! Halt dich gut fest! Komm da runter! Stopp! Arno! Geht es dir gut? Ja. Einigermaßen. Vorsicht! Aua! Zugänglich steht da gerade ein Feuerhaufen. Arno! Alles gut! Anhalten! Haltet sie auf! Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist ne lange Geschichte! Vielen! Fire! Vereilung! Ja! Ja! Hey! Oh! Pardon Monsieur! Ich bin auf dem guten Weg. Ich sehe das schon. Trödel doch nicht so rum! Ja! Ja! Alter! Mach's jetzt zu Stress und dann darf ich hier alles ausbauen oder das? Meine Herren! Arno! Ich kann ihn nicht bremsen! Bereit! Zielen! Bereit! Feier! Wir haben keine Zeit für sowas! Nachnehmen! Aufwärts! Wir erreichen gleich den Fluss! Schneller! Ich! Komme! Nochmal! Yes! Ach! Spektakulär! Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg! Junge, Junge, Junge! Mit dir mal! Mach dann Sachen mit! Meine Kleine! Das ist schon... Wunderschön! Huh! Rückschlaufen! Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit! Kann... Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir! Glaub nicht! Nach allem, was geschehen ist! Allem, was verloren ging! Also das war's dann! Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück! Vielleicht gibt es kein Zurück! Aber... Voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende! Elise... Ich... Du hast geschummelt! Du warst zu langsam! Ich liebe dich! Die Romantik wieder! Ah, wunderschön hier! Im Regen! Ja! Und mit diesen Bildern endet diese Folge! Hätte ich auch nicht gedacht! In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal! Tschüss.